Hallo ihr Lieben, heute mal aus meiner Küche, weil ich euch heute mal ein paar schlechte Kommentare, Hater-Kommentare vorlesen möchte, weil ich sie einfach manchmal lustig finde. Und ja, das soll auf gar keinen Fall ein Video sein, in dem ich irgendwas schlechtreden möchte, ich werde auch keine Namen nennen. Aber, keine Ahnung, also ich lese mir eure Kommentare wahnsinnig gerne durch, natürlich die guten hundertmal lieber als die schlechten Kommentare, aber bei manchen schlechten Kommentaren denke ich mir manchmal auch einfach so, das hättest du nicht schreiben müssen. Ja, genau, so und auf meinem Blog geht nämlich heute auch, oder ging gestern, ein Beitrag online über Selbstbewusstsein und psychische Erkrankungen. Und ja, ich glaube, es passt ganz gut dazu, dass ich heute mal auf die negativen Hater-Kommentare eingehen will, weil die ja auch teilweise echt schwer zu verkraften sind. Mittlerweile muss ich sagen, stört es mich gar nicht mehr, wenn jemand irgendwie schreibt, ja, du bist dick, oder du bist hässlich, da gebe ich nichts raus, das ist für mich irgendwie nicht greifbar. Wenn jemand irgendwie schreibt, du bist dick, hast du schon mal versucht abzunehmen mit der und der Methode, würde ich sagen, ja, ich habe versucht abzunehmen mit deiner anderen Methode, aber danke. Also, da versteht ihr den Unterschied. Es gibt einfach diese Kommentare, um jemanden einfach zu verletzen oder zu beleidigen, oder diese Kommentare, wo man sagt, okay, ne, das ist der Fakt, den kannst du auch nicht vertuschen, weil du hast einen Spiegel, aber probier doch vielleicht das und das mal, vielleicht hilft es dir. Also so ein bisschen, ja, konstruktive Kritik, würde ich sagen. Ich muss hier ein bisschen hin und her rutschen gerade mal. Mein Gesicht ist irgendwie überbelichtet. Naja, egal. So, ähm... Ja, wie gesagt, ich möchte in diesem Video eigentlich hauptsächlich auf die wirklich richtig, richtig schlechten Kommentare eingehen. Ich lösche auch keinen einzigen, weil ich finde, dass ich vielleicht auch gerade irgendwie Mädels, die selbst mit schlechten Kommentaren zu kämpfen haben, oder vielleicht auch kein Video hochladen, weil sie Angst vor schlechten Kommentaren haben, dass man sich das angucken kann, dass man weiß, okay, sowas kann kommen. Aber eben auch meine Reaktion sehen, dass man darauf nicht patzig reagieren muss, um das Ganze noch schlimmer zu machen, sondern dass man das auch ganz gut eindämmen kann. So, und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich scroll hier gerade mal, also hier unten steht mein Laptop und ich gucke immer in den Bildschirm, schlage ich in die Linse, es tut mir leid. Jedenfalls hier unten steht mein Laptop, deswegen gucke ich hier mal drauf. Äh, so. Ah ja, super. Hier gibt es den ersten Kommentar, der kommt zu meiner, äh, zu meinem L-Ressort-Video, wo ich die Prüfung das erste Mal durchgeritten bin. Hier wird geschrieben, du bist zu dick zum Reiten, es sollte ein Gewichtlimit geben, dass solche dicken Leute nicht reiten dürfen. Ja. Abgesehen davon, dass weder Punkt noch Komma drin ist und es irgendwie Rechtschreibfehler gibt, die echt nicht sein müssen, also zu dick zusammen und Gewichtlimit auseinander, finde ich den Kommentar einfach doof. Das ist so ein Kommentar, wo ich mir echt sage, so, das hättest du dir schenken können. Das bringt nix, die Aussage ist irgendwie nix und, ja. Ja. So. Ähm, der Kommentar da drunter war total toll und der zeigt ja auch, was für eine unglaublich tolle Community ich habe. Und zwar schreibt da jemand, ähm, hallo, ich finde es sollte ein Limit geben, dass dumme Kommentare eingrennen ist. Es gibt eben Leute, die etwas molliger sind und es gibt Leute, die dünner sind. Sie hat so oft gesagt, dass sie versucht abzunehmen, aber weißt du was? Es gibt Menschen, die gucken Schokolade nur an und nehmen zu. Außerdem, solange sie gut zum Pferd ist. Ja, und das, der Kommentar hat, ich wusste nix mehr zuschreiben. Ich habe mein Herz dazu geschrieben, weil ich, also, auf den ersten Kommentar wusste ich nicht so ganz, was ich antworten sollte, weil ich dachte so, hä, ja, okay, alles klar. Ja, und, äh, auch diesen Antwortkommentar dazu, das fand ich so toll. Das ist mal jemand, der hält mir zu, der weiß, ich bin auf Abnehmen, ich habe schon was geschafft, aber es geht eben nicht von 100 auf 0. So, ne? Aber total super, aber, ja, gut. Und die gleiche Person hat noch im gleichen Video noch was geschrieben und ohne Helm ist ja unvorbildlich. Unvorbildlich. Punkt. Also den Punkt hat sie jetzt gemacht. Äh, Rechtschreibfehler sind noch drin und zwar hat sie ohne, ohne H geschrieben. Es könnte auch heißen, und OneHelm ist sehr unvorbildlich. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin kein Vorbild. Ähm, jeder muss selber wissen, ob er mit oder ohne Helm reitet. Ich werde in Zukunft auch wieder mehr mit Helm reiten. Ähm, ja, wer kann ich das irgendwie nicht sagen? Ich bin so lange ohne Helm geritten und es gab eine Zeit, da ist jeder ohne Helm geritten. Und da war es total in Ordnung. Ähm, da hat keiner irgendwas zu gesagt. Und, ähm, es ist vollkommen richtig, dass jetzt wieder so viel Wert auf Sicherheit gelegt wird. Ähm, trotzdem finde ich, das ist eine Sache wie alles andere auch. Es ist eine persönliche Entscheidung und, ähm, die muss man nicht immer wieder ankreiden. Also, wenn ich jemanden sehe, der ohne Helm reitet, denke ich mir auch nicht so, was so, Helm vergessen. Nein, ich denke mir einfach so, okay, trotzdem schönes Bild. Also, ne? Da habe ich, auf den Kommentar habe ich geantwortet, dass ich ja kein Vorbild sei. Ja, und jeder selber wissen muss, ob er mit oder ohne reitet. So, dann schauen wir mal weiter. Das sind alles sehr nette Kommentare. Sehr, sehr nette Kommentare. Äh, 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 da-da-da-da-da. Das ist kein Hasskommentar, aber der hat mich sehr verwirrt. Ähm, der kam unter dem Follow-me-around-Adressor am Halsring. Was ist denn das am Anfang? Ich habe nur geschrieben, was genau meinst du? Da kam leider nichts mehr zurück. Ähm, ja, was ist denn das am Anfang? Würde mich jetzt auch interessieren. So. Und die gleiche, äh, Kommentarerstellerin hat dann auch noch geschrieben, auf das gleiche Video, gibst du dein Pferd ernsthaft eine Tüte Leckerlis? Also, schon wieder mit Recht, zwei Fehler. Gibst du dein, das heißt deinem Pferd, ernsthaft eine Tüte Leckerlis? Tüte Großleckerlis auch. Aber ich bin echt so ein bisschen so ein kleiner Deutschfuchs. Ich hasse es, wenn man ohne großen, kleinen Schreibungen und ohne Punkt und Komma schreibt. Ja. Darauf habe ich auf diesen Kommentaren mit den Leckerlis habe ich jedenfalls noch geschrieben, ganz sicher nicht. Das mache ich nicht. So, dann schauen wir mal weiter. Alles sehr nette Kommentare. Sehr nette Kommentare. Sehr nette Kommentare. Ja, das ist ein Kommentar, der hätte von mir richtig böse aufgefasst werden können. Ich habe ihn einfach mal irgendwie lustig dahingestellt. Und zwar kam unter dem ältesten Video, wo ich geritten bin, Du brauchst dein Sport-BH. Ich so, Danke, trage schon zwei. Die Kommentarstellerin, Sehr gut, endlich jemand, der Humor hat. Ich so, Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Da hat sie nur noch diese vor Lachen, Weinen und Smilies gepostet. Ja. Hier gibt es wieder einen tollen Kommentar zu meinem Helm. Gut geritten, leider trotzdem Daumen runter, weil ohne Helm. Du hast als YouTuberin auch eine Vorbildfunktion. Aber es ist nur meine Meinung, natürlich bleibt das am Ende deine freie Entscheidung. Ja, mal wieder ein Kommentar zu meinem Helm. Mit Daumen runter, weil ich ohne Helm geritten bin. Das war auch das älteste Video. Ja, ich höre es immer wieder, dass ich irgendeine YouTuberin eine Vorbildfunktion habe. Finde ich eigentlich irgendwie schade. Also, auch, wenn man sich ein Vorbild nimmt, sollte man ja irgendwie die positiven Dinge aus einem Vorbild ziehen. Also, wenn ich mir jetzt das war mein Wecker, wenn ich mir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, mir fällt gerade gar kein Name ein, weil ich gar kein Vorbild habe. Aber mal angerommen, ich würde mir jetzt einen Reiter als Vorbild nehmen, der international total platziert ist und schöne Runden zeigt, aber nachweislich irgendwie sich abends in den Stall stellt, sondern fährt prügelt. Wobei es ist mir zu hart. Aber dann könnte ich mir ja trotzdem, weil er irgendwie mein Vorbild ist, ziehe ich mir dann eben seine nette Reitweise aus seinem Handeln und nicht das, was er schlecht macht. Ne, also nur, wenn jemand irgendwie ein Vorbild ist oder eine Vorbildfunktion hat, ist man nicht fehlerfrei. Und kein Mensch sollte den Anspruch an sich selber haben, absolut fehlerfrei zu sein. Gut, das mit dem Helm ist halt echt nur eine Bequemlichkeitssache. Ich hasse Helme. Ich habe schon Fahrradhelme gehasst. Ich bin ganz lange zwischen 16 und 20 ohne Helm geritten, weil ich ihn einfach unglaublich unbequem finde. Ich finde auch einfach nichts, was auf diesen Kopf passt. Also mit den Dreads ist es jetzt halt noch mal schlimmer, aber auch ohne Dreads war wirklich jeder Helm einfach unbequem. Und ich habe schon einen guten. Ich habe einfach einen Uwex. Naja, aber ich werde ihn in Zukunft wieder öfter aufsetzen, wenn das so gewünscht ist. Und ja, ihr habt ja auch alle recht. Also es ist super, dass die Sicherheit wieder so groß geschrieben wird. Habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt. Aber ich finde es halt trotzdem schade, dass das so ein Kritikpunkt ist. Also es schadet keinem. Also außer mir selbst. Aber es schadet nicht dem Pferd. Und ich weiß, dass es ohne Helm nicht so gut ist wie mit Helm. Und nett, dass ihr euch so um meinen Dickschädel kümmert. Ja, ich werde wieder einen Helm tragen. So, dann schauen wir mal weiter. Sieht gut aus, aber ohne Helm. Helm vergessen. So, 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 schauen wir mal weiter, schauen wir mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Sehr cool. Aber du hast den Helm vergessen. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Den Kommentar lese ich gerade. Der ist schon drei Wochen alt. Und da steht auch beim Scrollen, dachte ich so, Herr, die Halle kennst du doch. Jetzt überlege ich tatsächlich, woher die die Halle kennt. Ach, das ist ein Turniervideo. Ich glaube aus Westenholz. Ja, vielleicht kommt die auch aus Westenholz. Ja, okay, das kann sein. Ja, ich dachte gerade beim Scrollen, so, er hält sie auch bei uns am Stall. Der Samen sagt mir gar nichts. Aber, wenn sie irgendwie aus Westenholz kommt oder auch da geritten ist, klar, dann kann ich sagen. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Aber das ist mein Kommentar, der freut mich wirklich sehr. Und zwar, du hast abgenommen, oder? Das finde ich echt total schön. Also gerade, weil das Abnehmen ja für mich so ein großes Thema ist oder war oder eigentlich immer noch ist, freue ich mich halt sehr, wenn andere Menschen dann auch mal merken, dass ich abgenommen habe. Ich habe ja alles irgendwie online gemacht und es gibt halt Videos von mir von einem halben Jahr, wo ich deutlich mehr drauf habe, als vor einem, äh, als jetzt. Und es freut mich halt total, wenn sich Menschen oder wenn sich User meine Videos so aufmerksam angucken und eben mich schon so lange kennen, dass sie mich auch mit mehr Kilos kennen. Und dann merken, dass ich abgenommen habe. Das finde ich total schön. Schauen wir mal weiter. So, das sind alles nette Kommentare. Also ich gucke jetzt auch nicht die Kommentare durch bis vor drei Jahren. Ich glaube, so im letzten halben Jahr. Das reicht. so, 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 ja, das war so ein Kommentar, der ist wirklich nicht böse gemeint. Aber er zeigt halt, dass es sich manchmal lohnt, äh, auch ein aktuelles Video anzugucken. Und zwar, ähm, ist das, unter dem Follow me around vom Birkenhof, ähm, vom Birkenhof. Ja, da kam gerade nur WhatsApp rein und ich habe drauf geguckt. So, jetzt drehen wir das Handy mal um. Äh, das Follow me around vom Stoppelfeld. Das ist halt auch schon ein bisschen alt. Ähm, das müsste letztes Jahr irgendwie im Herbst jetzt um diese Uhrzeit oder so gewesen sein, um diese Jahreszeit, Uhrzeit. Was ist denn jetzt mit mir? Ähm, es ist nicht böse gemeint, aber du solltest vielleicht ein bisschen abnehmen, dein Pferd wird das auf Dauer nicht können. Ist nicht böse, also es ist wirklich nicht böse, aber hätte diese Kommentarstellerin sich, äh, ein aktuelles Video angeguckt, hätte sie gesehen, dass ich schon abgenommen habe. Ich habe darauf auch nicht böse geantwortet, ich habe nur geschrieben, ich bin schon dabei. Bei meinen neuen Videos ist unter anderem eins dabei mit dem Thema abnehmen. So. Ähm, ja. Das wollte ich einmal dazu gesagt haben, dass man vielleicht, also es ist total cool, wenn sich, äh, wenn ihr euch mal ne alten Videos anguckt oder auch wenn neue User sich mal ne alten Videos angucken, deswegen sind die da. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich die dann irgendwann lösche, nein, die sind ja immer noch da. Und es sind auch noch Videos von vor drei Jahren online. Ähm, ja, da sehe ich anders aus, klar, da habe ich auch keine Dreads und auch sonst noch nichts. Ähm, ja. Aber, guckt euch die neuen Videos an, es lohnt sich. Jetzt schauen wir mal weiter. Ja. Ja, das ist auch so ein Kommentar, der war wirklich irgendwie nur da und zu steinkern, glaube ich. Äh, wie creepy, ach, das war unter dem Kommentar, wo ich Kim Burschig hochgelandet habe in ihrer Stute. Wie creepy bist du denn? Erlägt ein Video von einer fremden Reiterin hoch und sympathisch hoch 100. Das sind immer die, die selbst nichts können und mit anderen Klicks generieren wollen. Ähm, ja, so ist es halt irgendwie nicht. Also ich reite nicht M, zwei Sterne auf Turnier, ja. Und wenn das bedeutet, dass ich nichts kann, dann hat die auch recht mit ihrem Kommentar. Kim habe ich allerdings gefilmt und hochgeladen, weil ich mich mega gefreut habe, Kim zu sehen. Also ich habe die Starterliste von dem Turnier gecheckt, weil ich weiß, dass das ein relativ bekanntes Turnier ist, auch außerhalb unserer Geltung. Und ich habe gesehen, dass Kim reitert. Ich glaube, Luna Labs war auch da. Aber Kim ist halt einfach irgendwie so, also ich gucke sie einfach wahnsinnig gerne. Ich gucke mir im Internet halt auch total oft ihre Videos an, sei es jetzt noch von Turgismo und Marakai oder auch von Falwell oder auch von Powerfee und den anderen Großen. Und ich war einfach echt so ein bisschen im Fangirl-Modus, als ich sie da gesehen habe. Ich war mit zwei Freundinnen da und sie sagten auch so, ja, na, die ist jünger als du, jetzt komm mal runter und dann gehst du halt dahin und holst dir ein Autogramm. Ich so, nein, das kann ich nicht. Konnte ich wirklich nicht. Aber ich habe sie halt einfach hochgeladen, weil ich sie gerne gucke, weil ich dachte, vielleicht gucken sie andere Leute auch gerne und vielleicht möchten auch andere Leute gerne das Video aus der Prüfung so von ihr sehen. Um die Klicks ging es mir jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie mir so viele Klicks gebracht hat. Ist mir auch egal. Schauen wir mal weiter. So, 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 so. So, so. Das sind alles sehr nette Kommentare. Das ist diesen Guy. Zu dem Jump'n'Run vom Birkenhof-Turnier. Wäre gescheiter gewesen, wäre es gelaufen. Glaube ich nicht. Weil, also, ich kann auf jeden Fall besser reiten als laufen. Und dann auch noch von der Adressur aus April vom Birkenhof-Turnier. Leider ist das sehr klein, aber deine dicken Oberschenkel erkennt man von Kilometer weiter entfernen. Hart. Ja. Hoffentlich hätte er sich den richtigen Reiter angeguckt und hat jetzt nicht die Reiterin hinter oder vor mir beleidigt. So. Schauen wir hier mal weiter. Ja, aus dem Jump'n'Run. Ich glaube, ich muss das Video nochmal angucken. Also, schön anzugucken ist was anderes. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass es so schrecklich war. Und da hat mich nur geschrieben, naja, es ging ja auch nur um die Zeit. Ansonsten würde ich dir da recht geben. Also, ein Stilspringen war es nicht. Und dann kam er aber auch zurück. Na ja, weil das dann so geritten wird, ist schon schade und traurig für das Pferd. Also, ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an. Ich hatte jetzt kein unglaublich schlechtes Gefühl. So, schauen wir mal weiter. Alles nette Kommentare. Ach, ja, das ist hier. Also, ich glaube, das war eine Freundin. Da schrieb die eine unter mein A-Dressur mit Hals im Video. Reine doch mal eine schlechte Essdressur. Da würden sich dann alle vor Lachen weglegen. Danke. Danke. Unter dem Turniersaison 2016 Rückblicks Video schrieb dann, ich glaube, ihre Freundin ein Tipp. Üb mal aussitzen. Und unter dem gleichen Video schrieb dann die mit der schlechten Essdressur ein Tipp. Übe aussitzen. Und unter dem E-Dressur Video vom letzten Jahr aus Verl schrieb dann wieder eine Ich würde hierzu gerne eine Tonaufnahme von dem Gagakar von mir und meiner Freundin schicken, aber es geht ja leider nicht. Guck dir mal Lisas Lok wie bla bla an und lerne was von denen. Und ihre Freundin schrieb dann unter mein Eskadon-Springscher-Praktensammel-Video Guck dir mal die coolen an. Et sowieso 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 Ich glaube, es war eine Freundin. Ich glaube, die hat einfach Spaß. Und zuerst dachte ich noch so Hey ja, aber warum schreibt ihr das und warum schreibt ihr das unter so viele Videos? Und dann dachte ich mir so irgendwie süß, dass die beiden meine Videos so scheiße finden. Aber sich eins, zwei, drei, vier meiner Videos angucken. Danke Dann schauen wir mal weiter Oh, hier hat jemand gefragt, ob ich ihn mal auf Instagram folgen kann. Vielleicht merke ich mir den Namen mal. Vielleicht schreibe ich ihn mir gerade mal auf. Dann kann ich da zumindest mal reingucken. Hatte ich bestimmt davor und dann ist es irgendwie untergegangen. So, schauen wir gleich mal rein. So, wieder nette nette Kommentare, nette Kommentare. Also ich glaube, das war's. doch, ich glaube, also ich bin jetzt die Kommentare jetzt alle ein paar Monate alt und das sind eigentlich alles noch nette Kommentare und ich glaube, das war's. ja. Ja, wie ihr seht, es sind nicht viele Kommentare, die irgendwie schlecht sind. Aber das Video geht auch schon wieder 20 Minuten lang. Ich würde sagen, es reicht einfach für heute und ja, ja, also ihr seht, es gibt kein, kein Kommentar geht hier unter. Jeder Kommentar bekommt seine Aufmerksamkeit. Ich lese mir alle durch und freue mich über jeden Einzelnen und freue mich einfach darüber, dass ihr so aktiv seid und dass wir so in Kontakt stehen und ja, ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Bitte schreibt mir mehr und ja, ich würde erst mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, nächste Woche. Hoffentlich wieder mit einer Turnierprüfung. Ich bin schon ganz, äh, kribbelig. Und ja, bis dahin. Bis dahin.